Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Runde. Wir schauen uns Legends of Emberland an. Ein Dungeon Crawler, der jetzt frisch am 1. August erschienen ist. Designed by Chris Cosmic, wie es da steht. Die Firma heißt Silver Lemur Games und das Spiel ist jetzt für 15,11 Euro zu bekommen, weil es im Angebot ist mit 10%. Sonst ist es 16,79 Euro. Sehr seltsamer Preis, aber na gut. Ja, am 1. erschienen jetzt entsprechend in der Version 1.00 und wir schauen uns als erstes die Option an. Das Spiel gibt es ausschließlich auf Englisch. Die Musik ist jetzt hier im Menü ein bisschen hektisch, das wird aber gleich ein bisschen ruhiger. Also wir haben hier FPS Counter, wir haben Quick Exit, Overworld Minimap Fog, den habe ich aktiviert. Damit kann man halt besser sehen, wo man schon war und wo noch nicht. Und dann haben wir Unrestricted Party Creation, dass man auch mit einem Charakter rumlaufen kann, wenn man denn will. Dann haben wir Controls, da habe ich bloß umgestellt die Steuerung mit WASD, weil ich gerne mit A und D mich umsehe und mit Q und E sidesteppe statt andersrum. Ansonsten habe ich alles gelassen außer Quick Load, war ursprünglich auf F8, das habe ich auf F9 gesetzt. Und ja, ansonsten ist hier nichts, was jetzt wirklich erwähnenswert wäre. Dann haben wir Video, damit kann man einstellen, wie viel im Ladebildschirm geladen werden soll gegenüber zu live im Spiel. V-Sync, dann Lock, Mouse und Screen für Vollbildmodus, damit man nicht versehentlich das Spiel minimiert. Und die Audio-Levels, die sind standardmäßig leider alle wieder bei 100%, so dass man erstmal wieder selber rumfummeln muss, um das Passendes zu finden. Finde ich immer ein bisschen unnötig, ärgerlich. Normalerweise sollte ein Spiel standardmäßig mit 50-50-50 oder sowas kommen, damit man das dann entsprechend nach Bedarf lauter und leiser machen kann und nicht nur leiser. Wir können entweder ein neues Spiel starten mit Quick Start, damit wird dann eine, ja, entsprechende Gruppe vorgefertigt. Oder wir machen New Game und können damit dann eine Gruppe einstellen. Wir können in How to Play außerdem noch eine Art Handbuch durchlesen mit der Geschichte, die werden wir aber auch im Spiel erfahren, welche Klassen, Rassen und so weiter es gibt. Und da auch mit ganz guten Informationen, sehr hilfreich, sollte man sich durchlesen, habe ich auch schon durchgelesen. Character Stats, dann haben wir Game Screens und so weiter und so weiter und so weiter. Ich werde das dann, also das ist jetzt nicht so viel zu lesen, das hat man wahrscheinlich in 30 Minuten durch. Da sind viele nützliche Sachen drin, sowas wie das unterschiedliche Resistance, das beispielsweise nicht stacken. Also das sollte man sich wahrscheinlich schon durchlesen, wenn man ein neues Spiel anfangen will. Wie gesagt, ist nicht super viel und ich denke, das zahlt sich dann aus. So, wir legen mit einem neuen Spiel los. New Game. Wir können auf Easy. Monster deals slightly lower damage. Monster have slightly lower HP. Experience required to level up reduced by 25%. 25%. Prices Shop Trainer halft. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erwähnt habt. Das ist auf jeden Fall ein schrittweiser Dungeon Crawler im Stile von... Naja, Eye of the Beholder würde ich jetzt fast nicht sagen. Naja, eher nach wie die alten Might & Magic Teile oder vielleicht auch Bart's Tale. Aber es hat einen rundenbasierten Kampf. Der aber vor Ort ist. Man greift nicht in einen separaten Bildschirm. Werden wir gleich alles sehen. Also haben wir hier dann noch Normal Difficulty. Das ist einfach mit Standardeinstellungen. The Game was designed for this. Naja, wir haben Hard Difficulty. Monsters deal more damage. Experience required to level up increased by 20%. Prices Shop Trainer Healer doubled. Und wir haben Insane. Monsters deal much more damage. Monsters have higher HP. Experience required to level up increased by 50%. Und Prices Shop Trainer Healer tripled. So. Das werden wir dann entsprechend nehmen. So, jetzt haben wir auch gemäßigtere Musik. Jetzt will ich mich mal ganz kurz muten. So, und dann bauen wir uns mal einen Charakter zusammen. Beziehungsweise, ich habe mir ja vorher schon alles überlegt, was ich hier zusammenbauen will, damit das im Let's Play jetzt verhältnismäßig fix geht. Ähm, ja, wir machen als, ähm, also das Spiel funktioniert so, und auch das wird einem am Anfang, äh, oder in diesem Handbuch-Dings da gesagt, ähm, die fünf, äh, die sieben Charakter-Slots, die sind so aufgebaut, dass die Initiative derjenigen, die in der Mitte sind, die sind als erstes im Kampf dran. Die, die außen sind eher entsprechend, äh, äh, später. Dafür ist es auch so, dass die in der Mitte am ehesten von den Gegnern getroffen werden. Das heißt, dass man seinen Tank innen setzen sollte und seine anderen entsprechend weiter außen. Ähm, wir bauen als ersten Charakter einen, äh, Zwergen, äh, mit, also die, mh, die Völker, die haben bestimmte, äh, Boni und Mali. Ähm, ähm, die, ja, müsste ich gleich nochmal gucken. Wir gucken jetzt erstmal hier diesen einen Dwarf durch. Also, wir haben hier den Dwarf als Rasse gewählt. Jetzt können wir als Sub-Race noch, ähm, was anderes nehmen, oder einen zusätzlichen Wert nehmen, womit wir dann Zwergen-Boni bekommen. Das hier wird der Haupt-Tank, dann nehme ich noch zusätzlich die HP pro Level. Eine Alternative wäre der Hill-Dwarf mit Maximum Encumbrance. Das, ähm, Inventar-System ist so gemacht, dass man zwar unendlich viel in sein Inventar legen kann, aber nicht unendlich viel oder nicht unbegrenzt viel anlegen kann. Also, entsprechend die Plattenrüstung, die der Charakter trägt, die kann halt nur einen gewissen Maximalwert haben. Und durch Encumbrance kann man das halt entsprechend steigern und schwere Rüstungen anlegen. Durch Stärke kann man auch Encumbrance steigern. Ich glaube, alle 10 Stärke ist ein Encumbrance höher. Ähm, allerdings wählen wir jetzt hier den Mountain-Dwarf mit einem HP pro Level. Denn ich werde hier als Klasse den Knight nehmen. Der hat, äh, ich glaube, das waren 4 HP pro Level und der hat maximale Encumbrance. Und dann versuche ich das damit ein bisschen auszugleichen. Also, hier, das sind die, die sechs Basisklassen. Knight-Warrior sind beides, ähm, ja, nag- oder kampffokussierte Charaktere, die nicht zaubern. Ranger und Bart sind entsprechend Hybriden. Man kann jetzt hier genauer Fighter. Born to fight. Preferred to position in the Central Rose due to high HP. Das hier sind entsprechend Hybriden. Die können zaubern und, ähm, und hacken. Und die hier könnten nur zaubern. Und wir bauen jetzt erstmal Knight. Im Gegensatz zu dem Warrior hat der Knight halt mehr Rüstung, aber weniger Lebenspunkte. Und das versuchen wir mit diesem, ähm, Sub-Racial-Bonus ein bisschen auszugleichen. Mh, der Ranger und Bart. Ich glaube, der Bart geht mehr so Richtung Heilungsecke und der Ranger mehr Richtung Schaden. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und dann haben wir Wizard, Healer, Wizard für Schaden und Healer für Heilung entsprechend. Und die haben aber alle entsprechend auch unterschiedliche Werte. Unterschiedliche Primär- und Sekundärwerte. Ähm, Incumbrance. Wie viele Lebenspunkte die pro Stufe bekommen. Wie viele Mana-Punkte die pro Stufe bekommen. Wie hoch der Damage-Modifier ist. Und so weiter. Ähm, zusätzlich gibt es, ähm, für jede Rasse zwei, ähm, ich glaube für jede Rasse bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, zwei, ähm, ja, Spezialklassen. Die fand ich persönlich aber jetzt alle nicht so super sexy. Ich werde einen Sage nehmen. Das sind Elfen-Dings. Und ansonsten werde ich mich an den Hauptteilen orientieren. Und die haben halt, haben entsprechend nochmal einen zusätzlichen Bonus und Malus. Also der Troll-Slayer beispielsweise, also nur Zwerg-Fighter kann, oder nur Zwerg kann Troll-Slayer, äh, werden. Troll-Slayer ist entsprechend ein Fighter-Dingen. Ähm, und der hat halt ein bisschen mehr Hit-Points. Garantierter Crit gegen alle möglichen Trolle. Und der Troll-Slayer kann keine Schilde benutzen und hat einen Accessory-Slot weniger. Ja, wir nehmen jetzt ein Knight und dann können wir uns noch ein Bildschirm aussuchen. Ich muss dran denken, den Namen auch einzustellen. Und da nehme ich jetzt den, den geponserten Sir. Bevor wir den Namen vergessen. Key-Grath. Das war auch ein Voreingestellter, den ich ganz okay fand. Und der, durch das der der Haupt-Tank wird, setze ich da mal alles auf Toughness. Und damit sind wir auch schon mit dem Charakter fertig. Also nichts mit Würfeln, feste Attributswerte, was ich auch so ganz gut finde. So, das war Nummer 1. Jetzt bauen wir die Nummer 2. Das wird jetzt noch ein Zwerg. Genau, hier können wir sehen, ähm, die Humans haben, die benötigen 5% weniger Erfahrung, um aufzuleveln. Ähm, laut Forum gibt es kein Maximal-Level. Das steht leider nicht im Handbuch. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Ähm, das heißt, das hier wird einem auch die ganze Zeit über was bringen. Ähm, ansonsten ist es ja so, wenn man mehr Erfahrungspunkte bekommt, wäre man halt nur früher am Max-Level, was ein bisschen unsinnig wäre. Aber hier scheint das dann dauerhaft sinnvoll zu sein. Ähm, so, dann haben wir mal davon abgesehen, dass es hier auch limitierte Erfahrungen gibt. Man kann also nicht grinden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, oder zumindest steht da Grinden nicht im Fokus, wie bei The Bard's Tale. Werden wir aber dann sehen. Also, wir haben jetzt hier die Humans, die 5% weniger Erfahrung zum Leveln brauchen. Wir haben die Halb-Elfen, die, äh, hier den Elfen-Song, ähm, sprechen können, auch wenn sie normalerweise nicht magiebegabt sind. Die kriegen dafür 1 Stärke abgezogen, Willpower dazu. Dann haben wir die Elfen, die kriegen entsprechend Stärke und, ähm, Rüstung abgezogen und dafür halt haufenweise Mana-Gedöns dazu. Und die steigen langsamer auf als die anderen, äh, Rassen. Und dann haben wir Males, äh, Males, genau. Wir haben Dwarfs und da gibt es aber nur die Males von. Und die haben plus 10% höhere Crit-Chance, wenn sie Äxte benutzen. Und, äh, ja, Maximum Encumbrance und Strength sind also die perfekten Krieger, mal davon abgesehen, dass die halt nur Äxte verwenden können. So, wir nehmen jetzt als zweites nochmal einen Dwarf. Machen hier aber einen Hill-Dwarf draus. Wählen hier jetzt den Warrior aus. Als Name nehmen wir wieder Ogwa. Dann... Äh, wobei das war mein... Vielleicht kriegen wir was Schöneres. Dubik, Bossier, Trongulier, Guffatier, Gruffatier, Fodderam. Ne, dann nehmen wir Gruffatier. Gruffatier. So. Dann machen wir 14 Stärke. Das wird jetzt Melee-Damage-Dealer, sage ich mal. Äh, genau, da können wir auch mal gerade drüber gehen. Strength gibt halt mehr Schaden und erhöht die Encumbrance, also die Rüstung. Äh, also alle 10 Punkte. Toughness erhöht die Hit-Points. Wie viel weiß ich aber nicht. Dexterity bringt einen Hit-Bonus und einen Nivell-Bonus. Knowledge. Ähm, Knowledge ist ganz interessant. Knowledge ist abhängig davon, ob das, ähm, ein Fighter, eine Hybrid-Klasse oder ein Magier ist, bringt das unterschiedliche Boni. Für Fighter bringt es, ähm, einen höheren Crit-Bonus. Für Hybriden bringt es mehr, ähm, Ausweichen und, äh, weniger Schaden durchfallen. Was aber sehr seltsam ist irgendwie. Und da sehe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig den Sinn drin. Ähm, denn schlussendlich wird der Schaden ja gleichmäßig auf, also das ist halt dasselbe wie bei Might and Magic mehr oder weniger. Ähm, das nutzt einem halt nichts, wenn dann die beiden weniger Schaden bekommen. Wenn man sowieso dann durchheilen muss und so weiter. Also, da sehe ich keinen Sinn drin, das bei denen zu machen. Wenn die Magier einen vollen Schaden bekommen und durch die Fallen sterben, dann hat man auch nichts gewonnen. Ähm, und bei Healer Wizard bringt das, ähm, Arcane. Das ist wiederum einen Wert, den man benötigt, um Zauber zu lernen. Und, äh, ja, das wäre da halt dann für die am wichtigsten. Ähm, jetzt für den Takt. Zwerg halt entsprechend nicht, äh, für den Krieger. Also, dann nehmen wir noch ein Bildchen. Wo sind die Zwergis? Nehmen wir den. Ruf halt hier. Und, fertig. Nächster. Dann nehmen wir jetzt hier einen Menschen. Male. Da, ich habe geguckt, dass ich jetzt wieder alle, ähm, also alle Basisklassen zumindest unterbringe und alle Rassen unterbringe. Und dann ein verhältnismäßig ausgeglichenes, ähm, ähm, Geschlechterverhältnis. Ähm, da machen wir den Highlander. Der hat mehr Hitpoints. Der ist halt auch in der Mitte. Das ist dann ganz gut, dass der auch ein bisschen mehr aushält. Das wird jetzt der Ranger. Da bauen wir uns so einen kleinen Robin Hood zusammen. Ranger. Der sieht fies aus, ist, äh, dass es eine Brille anhätte. Oder, naja, ich weiß es nicht. Rohak. Da machen wir einen, ja, hier den. Da gab es noch ein anderes Bild, was ein bisschen... Der hier sieht netter aus. Robin Hood. So, da machen wir sechs Stärke. Sieben Toughness. Zehn Dexterity. Knowledge Lassma. Und Willpower. Der kann halt auch zaubern. Aber, mäh. Also, ich habe schon das Gefühl, dass der hier so quasi das fünfte Rad am Wagen sein wird. Aber, müssen wir da mal schauen. Machen wir hier noch eins Toughness dazu. So. Und der nächste. Dann bauen wir hier jetzt, ähm, eine, äh, Bardin zusammen. Und das wird eine Halbelf Female werden. Und, äh, bei denen mache ich es jetzt anders. Da mache ich nicht bei alles, also beide Optionen. Weil das, da sehe ich keinen Sinn drin, diese HP pro Level, wenn die weiter außerhalb sind. Da machen wir einfach, äh, beides auf Mana. Dexterity und Willpower. Ist auch besser als hier das mit Strength, glaube ich. Weil die wäre eher auf Zaubern gehen würden. Bin ich aber nicht ganz sicher. Ähm, ja. Machen wir jetzt jedenfalls das hier. Highborne Heritage. Achso, jede Klasse hat außerdem eine Spezialfähigkeit, die man einmal verwenden kann, bis man das nächste Mal rastet. Ist auch, äh, ganz nett. Also, wir machen also Highborne Heritage, um mehr Mana zu bekommen. Wir machen eine Bardin draus. Und hier kriegt den Namen, äh, da hatte ich das, ja. Und da nehmen wir, die da, dadurch, dass die Ohren bedeckt sind, kann man das auch als, na, wobei, Halbelfen können ja theoretisch auch keine Pointy Ears haben, weiß ich nicht. Ähm, so, da machen wir 5, 7, 7, 7. Und, äh, machen wir hier, ähm, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie stark die, äh, dann, ähm, wie viel Melee die zu tun hat und so. Ja, das kann ich noch wirklich so überhaupt nicht einschätzen. Ähm, wir könnten auch noch eins stärker erhöhen. Ein bisschen kämpfen wird die da wahrscheinlich auch, aber, das ist ein bisschen blöd. Machen wir mal anders. Toughness, Willpower. Ähm, noch eins Toughness. Ich glaube, Knowledge ist für die ziemlich unnütz, genau. Machen wir so. Willpower. Toughness. Ja, schwer abzuschätzen. Nehmen wir noch eins Willpower. Bin mir nicht sicher, wie sinnvoll das ist. Die Hybridklassen, die sind so ein bisschen, die kann ich nicht wirklich einschätzen. Eigentlich kann ich überhaupt nichts wirklich einschätzen, aber da habe ich das Gefühl, dass ich noch am wenigsten Ahnung habe. Ähm. Ähm, dann haben wir den, äh, genau. Da kommt jetzt die, diese Spezialklasse hin. Da machen wir nochmal einen Halbelf. Und, äh, wieder Female. Da mache ich auch wieder Highborn Heritage für zusätzliche Mana. Und, äh, da machen wir aber jetzt einen Sage. A Wizard with a limited access to healing spells. Er kann also auch noch heilen. Und, ähm, da ist jetzt Knowledge auf jeden Fall, äh, dann sinnvoller mit diesem Arcane-Bonus. Und die bekommen, ähm, einen zusätzlichen, also genau, Arcane-Bonus. Denn Knowledge, das wird dann nochmal bei denen verbessert, wenn die, äh, entsprechend diese Klassen sind. So, ähm, da werden wir entsprechend Knowledge ordentlich erhöhen und Willpower erhöhen. Und damit ist das dann auch schon fertig. Nance. Nance benennen wir um in... Tal-Li-Rax. So. Eine Hexe. Sage. Dann machen wir weiter. Und bauen uns eine... Magierin zusammen. Elf Female. Und da nehmen wir... den... Grey Elf. Und... das wird ein Schadens... Ähm, Hoshi. Also wir haben es jetzt so, dass wir hier die Schadensleute haben und hier eher die Heiler. Mh... Machen wir also jetzt hier Wizard. Bildchen. Yalivia. Und da mache ich das jetzt ganz genauso. Das auf 12, das auf 11. Und fertig. Und dann bauen wir noch den letzten. Und das wird auch ein Elf, aber ein Male. Das wird jetzt der Heiler. Da machen wir... Da wäre wahrscheinlich auch das hier am sinnvollsten. Bin mir nicht ganz sicher. Wir nehmen aber einfach mal ein Heil-Elf, um da ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Außerdem ist es ganz gut, wenn der Heiler nicht, äh, gemäßt werden kann. Ähm, und dann nehmen wir Heiler als Bildchen. Nehmen wir den da. Und da machen wir auch 12, 11. Und sein Name ist Trillion. Ja. Ist okay. Ist auch der, den ich mir aufgeschrieben hatte. Mh... Und, ähm, ja, los geht's. Ich hoffe mal, dass die Charakterzusammenstellung halbwegs sinnvoll war. Beginn Adventure. Letter from the Royal Wizard. One day, while dining at the local tavern, a tired messenger arrives with a letter from your old friend Gorfondor, who is serving as the Royal Wizard in the King Godric's court. You broke the seal and started to read. Hello, my old friends, I hope to see you all in good health. As you might have heard, a few years ago, I offered my services and counsel to the King Godric, who gladly accepted my help. Just recently, while searching through the Royal Annals, I discovered something very disturbing. I don't want to write about it in the letter. It's not safe. Please visit me in the Royal Castle south of Timberberg, and we can talk. It's urgent and important. I'm counting on you. So, da sind wir. Und dann ist es auch erstmal Zeit, einen Start-Safe zu machen. So, man kann auch Quick-Safen. Quick-Safe. Load. Nein, machen wir dann separat. Und da haben wir die ersten Gegner. Wie gesagt, das hier sieht schon ein bisschen hässlich. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Die Grafik ist mir persönlich tatsächlich ein bisschen zu pixelig. Also, ähm, als ist gut und schön, aber, ähm, wenn die jetzt auch noch zu mir rankommen, wird's halt schon, ähm, sehr hässlich, sag ich mal. So, Magic. Wir können jetzt, ich glaube, mit der, direkt einen Fireball casten. Fire Damage All. Das ist ein Combat-Only-Spell. Können wir also nicht benutzen. Okay. Dann können wir nur warten. Die werden auf uns zukommen, die Gegner. Nein, werden sie nicht. Noch. Aber nur einer. Und da können wir jetzt, äh, wir haben jetzt Hotkeys für die Angriffe. Schlussendlich haben wir hier diese, naja, eigentlich haben wir den normalen Angriff. Wir haben Warten und wir haben die Spezialfähigkeit und wir haben Zauber. Und das hier ist zum Nachgucken und das ist zum Fliehen. Also, schlussendlich wird man immer, ähm, wahrscheinlich hier diesen normalen Attack benutzen. Oder das hier. Oder, also hier die beiden und das ist der letzte Angriff. Das war das, was ich bei Bard's Tale gesucht hatte. Also, immer die letzte Aktion. So, 10 Schaden. Die letzte Aktion ist jetzt hier überall erstmal Attack. Der hätte jetzt Stun, das ist seine Spezialfähigkeit. Der kann zaubern, Power Fist. Use Magic, Power Fist. Mhm. Damit sind wir aus dem Kampf raus. Victory, 5 Goal, 5 Experience. Hm. Attack. 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 Ja. Ja, wie gesagt, wenn die komplett nah dran sind, dann sind die schon ziemlich hässlich. So, dann gehen wir mal in die Stadt. Timberberg. Elven Healer. Aha. Die können wir heilen. Da könnten aber natürlich auch einfach rasten. Aha. Damit können wir Elixiere brauen. Mhm. Wieso wir das hier nicht für alle machen können, weiß nicht. Dann haben wir... Achso, wir müssen uns ja auch das Inventar mal angucken. Timberberg. Das ist auf jeden Fall das, wo wir ja durch das Intro hin sollten. Timberberg. 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 Welcome, travelers, to our small town. It's not much going on here. It's much safer here than in the south, with all those ogres. So, if you ever got tired of adventures, I recommend to settle in our peaceful town. Inn. Ah, okay. Replenish food. Deposit items. You can store not needed items here. You can take them back anytime. Inn will store it in a magic chest, which is accessible from any inn in Amberland. Okay, cool. Dann haben wir hier den Typen. Reden wir da mal mit. Visit the great library to find a way to enter the enchanted forest. At least that's what my grandma was keeping telling me when I was young. I have no idea why I would want to go to some enchanted forest. Do I look like a lumberjack or what? I could never understand my great grandma. Okay, dann sollte man vielleicht notes machen. Schraube ich mir mal auf. So. Ähm. Visit the great library to find a way to enter the enchanted forest. Tipps. So. Dann haben wir den hier. Im Poverished Fertrader. This is bad. Many Mastercraftsmen, who were providing items for shops in the land, were kidnapped by monsters or bandits. Now only the basic wares can be bought. Unless someone free them. The economy will collapse. Unfortunately, we can't count on the royal knights. Not know when there's this big ogre invasion going on. Das steht auch im Handbuch drin. Und zwar ist es so, dass die Shops immer, also am Anfang halt nur Basissachen anbieten und man irgendwo in der Welt quasi, ja wie nennen die das, irgendwelche besonderen Händler oder Schmiede oder was finden kann. Und die dann quasi das Angebot bei allen Händlern verbessern. Auch eigentlich eine ganz interessante, ganz interessantes Konzept. Ähm. So was gibt's ja schlussendlich in fast allen Spielen. Ähm. Moment. So was gibt's ja schlussendlich in allen Spielen. Bloß, dass das normalerweise, sag ich mal, passiv mit dem Level scaled oder sowas. Und das hier finde ich eigentlich da schon cooler. Ähm. Dann haben wir den hier. Das dürfte, ne? Genau, und das steht auch im Handbuch, dass man damit Quick Travel aktivieren kann, wenn man diesen Typen findet. Der aber von irgendwelchen, ähm, Banditen auf eine Insel gebracht wurde. So. Dann haben wir Trainer. Damit können wir Attribute verbessern. Dann haben wir den Shop. Sell and Buy Used Items. Magic Shop. Achso, das steht auch im Handbuch. Es gibt, ähm, hier als, ähm, Ressourcen Kristalle und Gold. Gold kann man halt hier normal in den Shops ausgeben für normalen Krams. Und Magic Shops haben dann irgendwelche speziellen Sachen und die kann man nur für Crystals kaufen. Auch ein interessantes Konzept. So, dass man sich dann hier irgendwelche besonders coolen Sachen für diese Kristalle, äh, kaufen kann und das Gold mehr oder weniger auch verheizen kann. Also, wir gucken mal hier auf diese Charakter, ähm, genau, Left Flank, Frontline, 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 Right Flank. Ich weiß nicht, ob das hier noch einen Unterschied macht, also zwischen, äh, diesen drei Slots oder ob die alle gleich sind. Status, äh, diesen drei Slots oder ob die alle sind. Status, lebendig. Hero ist okay. Resistance ist. Ja, nix halt. Ja. Die hat Cold, weil die... Weil, keine Ahnung. Ähm. Hit, 32, 38, 34, 24, die hat nur 17. Okay. Genau, die haben Arcane Mastery, Arcane Bonus from Knowledge doubled. Awareness, Knowledge is added to Dexterity for the purpose of Evade Calculations. Äh. Die haben halt einen ganz guten Evade-Wert, hier diese beiden Hybrid-Klassen. Aber ich weiß auch nicht, wie sich das umrechnet. Ich glaube, die Armor wird direkt, ähm, genau, abgezogen. This means to receive physical damage reduction between minus 6 and minus 13. Die Armor skaliert dann hoch mit der Stufe, also, ähm, dass die, äh, entsprechend dann auch, ähm, mehr abzieht auf höheren Stufen. Ähm, ähm, okay. Was haben wir hier? Das ist die Ausrüstung. Helm, Helm, Armor 2, Armor 8, Warven Axe, Damage von 5%. Der hat keinen Helm, genau, der hat hier Encumbrance, 25 von 32. Hm, ach, die Waffen haben auch Encumbrance. Ach, der hat noch 3 übrig, hier. Und die ist quasi schon am Limit. Dum, 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 dum. Wizard, ah, Quests in Progress. Wizard in the Royal Castle. The Royal Castle is located south from Timberburg, the starting town. Ah, ja, okay. Titles and Awards. Okay. Shortsword. Damage plus 70%. Available Craftsman 1. Many Master Craftsmen who were making Items for Shops in Amberland were kidnapped. Free them to increase the availability of Items in Shops. Ja. Im Moment ist das hier wirklich der letzte Ranz. Und da ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Was wir kaufen können. Mal davon abgesehen, dass wir eigentlich überhaupt nichts kaufen können, weil alles viel zu teuer ist. Jo. Super. Dann gehen wir mal nach unten. Wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss wahrscheinlich, ist die, ähm, die Optik im Sinne von, wie weit man sich bewegt. Weil das jetzt quasi ein Schritt nach vorne war. Ich finde diese Skalierung von den Seiten ist höher, als diese Mini-Schritte, die man vorwärts geht. Ja, also das hier sieht so aus, als wenn das nur ein Feld wäre. Dabei sind das aber mehrere Felder. Wie die Schritte so klein sind. Small Dungeon heißt das Ganze. Das ist ja ein sehr kreativer Name. Was ist jetzt mal so klein sein? Ja. Wie die Schritte so klein sind. Mhut. Attack. Attack. Das ist ja auch nie. Okay. Der macht böse Auer. Oh, pures Scale-Mail Und 100 Gold Immunity to Poison Aber nur Armor 3, was natürlich Nix ist Wieso kann der das nicht anlegen Okay, dass man das nicht einfach swappen kann Ist ein bisschen unnötig umständlich Leather Armor Elven Sage Robe Aber da, ah, da ist die Cold Resistance Dann lassen wir das mal so Das hier Mesmerize Effects of this type are ignored Inborn Immunity Locked, great There's probably some mechanism somewhere That opens it Die Loops sind sehr unsauber, finde ich Locked, great There's probably some mechanism Die Sound Loops Da konnte man im Hauptmenü schon hören Da ist, man hört halt ein klares Knacken Zwischen den Loops Da ist der Hebel Enter the Tile Move forward To interact with objects Mmh 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 Da haben wir wieder so'n Ding Da war das Geruckel wieder Ein Schatz Small Silver Small Shield Enchanted Blade Aha Schaden plus 70% Arcane Bonus plus 10% Arcane 15 hat er schon Arcane 30 Ja Das bringt's glaube ich nicht Wer könnte den Shield nehmen Da geht's Ah nee, okay Ah, was bist du für einer, ein anderer? Goblin Fighter Ja, aber viel Schaden gemacht gerade Eine Crit Chance steht hier allerdings nicht Na gut Wir können aber jetzt mal hingehen Und Ähm Kill all Kill all Ja Na gut Der kostet halt nur halb so viel Macht außerhalb des Kampfes dann wahrscheinlich mehr Sinn Silver Chainmail Da hält man sich schon ein bisschen ran mit dem Loot Chainmail Silver Chainmail hat noch einen Paralysis Äh Resistance Und mehr Armor Ist aber auch deutlich schwerer Ähm Ja Da lässt sich jetzt auch sonst nicht mehr machen Ach, die hat nur ein Short Sword Dann macht das da glaube ich auch Sinn Arcane Bonus Ich glaube, das habe ich noch nicht so ganz verstanden mit dem Arcane Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man das bei einem Trainer irgendwie da reinpacken musste Arcane 12 Each Spell has a 5 Mastery Levels unlocked at certain Arcane Levels Higher Spell Mastery Might mean lower MP Cost Higher Damage Etc Ach, das ist einfach nur ein Passiv Umso mehr man davon hat Und so Mehr werden davon automatisch unlocked Also wenn der jetzt das Das Schwert wieder auszieht Dann ist der auf Einen niedrigeren Arcane Dings runter Auf 11 Und hat hiermit entsprechend nur noch 3 Äh, nur noch 2 Mit der nächsten würde der halt ein bisschen mehr heilen Okay Pup Komm her Attack Er hat noch 2 Und da müssten wir jetzt heilen Im normalen Heal Schön wäre natürlich, wenn hier die Hitpoints auch direkt angezeigt werden würden Das mache ich schon seit Ah, ich glaube Dem ersten auf die Beholder Vielleicht war es das zweite Dass ich das immer anmache Kann man aber hier nicht anzeigen lassen Können wir vielleicht auch mal als Feedback schreiben So, dann Goblin Fighter Mhm Ja, also dass das Dass das hier 2 Schritte sind Und das 1 Schritt Das wirkt halt ein bisschen seltsam Puh, da geht's aufs Maul Wird mal interessanter Hier können wir auch jetzt auswählen Wen wir angreifen Mhm Damage 9 bis 18 Hit 12 Hm Na, aber die sind aber schon ziemlich gleich Pling Magic Arrow Power Fist Wow Der macht viel Schaden Magic Den hier wieder Spellbook 30 bis 40 So, dann machen wir hier Den Elven-Toucher Der verbraucht nicht viel Mana Und diese Seitenräume waren jetzt doch eher unspektakulär Damit ist das Dungeon auch durch Wie sieht's jetzt aus mit der Stufe Fast geschafft Mhm Sieht's aus Können wir hier in den Ja, wir können auch auf die Bäume drauf laufen Da ist ein kleines Oh, da ist auch noch einer Plüm Ach Unable to Ja Ja Machen wir den auch direkt noch Und den Alles freilaufen You want to buy my boat? It's a deal of a lifetime Literally Because otherwise You will die By the hands of the troll upon Trying to enter the bridge Buy boats Have a nice trip Aha Okay, cool Dann würde ich aber sagen Erkunden wir erstmal Hier nach links Alles Und da drauf Ne Das Wasser kann man auch nicht Gut Gut Der kriegt es ordentlich aufs Maul. Der kriegt es ordentlich aufs Maul. Wie sieht es eigentlich mit Rasten aus? 1 und 3, die hier kann man für eine Quick Rest verwenden. 1 Full Ration ist used per Quick Rest und das hier ist 1 Full Ration is used per Full Rest. Der Quick Rest füllt die Maximum HP um 50% auf und entfernt ein paar Start-2-Stati. Und der hier ist doppelt so lang, macht auch Mana wieder voll und der Status sind aber nur Weakened and Confused. Da ist eine Höhle. Ich bin hauptsächlich auf diese Minimap am gucken. Wenn ich das hier zur Orientierung nicht so super toll finde. Ähm. Ja, da haben wir genug. Wir könnten also jetzt aufsteigen. Musik ist an sich schon ganz cool, wenn diese Cuts dazwischen nicht so hart wären. Okay, das sind ein paar mehr. Ähm. Magic. Ja. Spellbook. Das hier sind nur Heilungen. Achso, das hier ist nur auf einen. Ähm. 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 Ja. attack der hat ja noch mana kill all äh, es sind schon viele Gegner kill all naja, es sind schlussendlich nur die beiden da die kommen nicht ran batsch, batsch, batsch hmmmm ok heavy helmet of protection so makes two armor rolls in combat the better roll is used das klingt ja nicht schlecht verbraucht aber auch ganz gut ähm incumbrance hier müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir stärker erhöhen, dass wir hiervon mehr tragen können ähm aktuell müsste der das auf jeden Fall verwenden ja ok gehen wir aber erstmal jetzt zurück in die Stadt zum Trainer und erhöhen das auf Level 2 damit ah, wir werden auch mit das Mana auch aufgefüllt wir erhöhen damit einen Attributspunkt da will ich aber jetzt mal gucken na shit, da habe ich jetzt nicht gespeichert speichern ist egal und zwar speichern will ich mal sehen ob wir das war jetzt Dexterity stext 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 still toughness ... Dex Will Das dürfte von der Klasse abhängig sein, aber mich interessiert Ob da eine Zufallskomponente bei ist Das war Will dieses Mal Also vielleicht war es auch vorher Will und Schatz nicht gesehen Dex Stärke Toughness Dex Willpower und Willpower Okay machen wir noch einmal Das erhöht Willpower Das erhöht Dexterity Das erhöht Stärke Das erhöht Toughness Das Das Dexterity Willpower 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 Ja okay Okay Ist Aufgeladen sind wir auch Und wir haben 800 Gold Aber ja kaufen können wir dafür nichts Ähm Ja sowas wäre natürlich schon cool Plus 5 Stärke Also der müsste auf jeden Fall mehr Rüstung bekommen Das ist ein bisschen dünn was der da hat Amor 1 Amor 1 Dann 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 Dann